Sie hören den Artikel Ausbauzustand aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 6. Januar 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Gelesen von Dennis Traub. Der Ausbauzustand, auch Ausbauqualität eines Verkehrsweges, z.B. einer Straße, bezeichnet den baulichen Zustand einer bestehenden Straße oder einer neuen Straße. Dies umfasst die Linienführung, den Straßenquerschnitt und die Lage von Knotenpunkten. Der Ausbauzustand eines Streckenabschnittes ist abhängig von der Verkehrsbelastung, der geschichtlichen Entwicklung und den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln der Straßenbaubehörde. Systematik. Es werden vier Ausbauzustände unterschieden. Ein Vollausbau, der Teilausbau, ein Zwischenausbau und die Fahrbahn-Decken-Erneuerung. Ein Vollausbau bezeichnet den aus Sicht der Richtlinien und Vorschriften endgültigen Ausbau einer Straße. Der Teilausbau nähert sich in Stufen an den Vollausbau an, besitzt aber noch in Teilen den alten Ausbaustandard. Dies ist oftmals notwendig, wenn der Ausbau unter Verkehr vollzogen werden muss und die Straße nicht vollständig gesperrt werden kann. Dieses Verfahren wird häufig bei Autobahnen angewendet. Ein Zwischenausbau stellt eine Zwischenlösung dar, bei der nur die Fahrbahn verbreitert und der Oberbau verstärkt wird. Die Linienführung wird beibehalten, sodass Gefahrenstellen wie enge Kurven oder Knotenpunkte nicht beseitigt werden. Dieses Verfahren wird häufig bei überlasteten Bundes- oder Landesstraßen angewendet. Bei der Fahrbahn-Decken-Erneuerung wird nur die Fahrbahn-Decke erneuert, ohne dass weitere Änderungen erfolgen. Der Straßenquerschnitt wird beibehalten. Siehe auch Ausbaugeschwindigkeit Literatur Pietsch, Neuwied, Straßenplanung Werner Ingenieurtexte, 7. Auflage 2004 ISBN 3-8041-5003-9 Sie hörten den Artikel Ausbauzustand Gesprochen am 6. Januar 2013 von Dennis Traub Der Artikel findet sich unter www.wikipedia.org-wiki-ausbauzustand Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC BYSA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.